Toolkraft präsentiert die Roboterzelle Robobox, ein Allround-Talent nach Maß. Müssen höchste Maßstäbe an Präzision erfüllt werden, ist eine CNC-Fräsmaschine unverzichtbar. Jedoch stellt sie eine hohe Investition dar und es bleibt die Frage, ob diese immer ausgelastet werden kann. Liegt der Fokus auf anderen Aspekten, kommt die Roboterzelle zum Einsatz. Mit ihrer Wendigkeit und einem automatischen Werkzeugwechsler bietet sie höchste Flexibilität. Im geschlossenen Bauraum befindet sich ein 6-Achs-Knick-Arm-Roboter. Dieser kann Stellen bearbeiten, die ohne Umspannen auf einer CNC-Maschine nicht zugänglich wären. Bauraumgröße und Roboter können je nach Kundenbedürfnissen entsprechend angefertigt bzw. ausgewählt werden. Die 7,5 kW starke, wassergekühlte Frässpindel ermöglicht präzises Bearbeiten aller geeigneten Materialien und ist individuell austauschbar. Ein Nutentisch macht das Spannen von Teilen individuell möglich. Es besteht die Option zum Rundtisch oder Nullpunktspannsystem. Der Werkzeugwechsler umfasst 8 verschiedene Werkzeuge und ist, je nach Kundenanforderung, beinahe unbegrenzt erweiterbar. Ist der erste Arbeitsschritt erledigt, geht der Roboter direkt zur nächsten Aufgabe über. Je nach Anforderung kann er an verschiedenen Stellen das Bauteil fertig bearbeiten, ohne dass es den Bauraum verlassen muss. Späne werden mithilfe einer Vorrichtung manuell abgesaugt. Auf Wunsch kann eine automatische Lösung verbaut werden. Durch Nutzung einer zuverlässigen Software mit Kollisionsschutz ist eine Offline-Programmierung möglich. Anders als beim Teachen ist dazu auch kein Referenzmodell benötigt. Der Roboter findet alle Wege ab dem ersten Teil selbstständig. Der Ansatz ist nicht nur prozesssicher, er steigert auch die Verfügbarkeit der Anlage. Profitieren auch Sie von der Komplettlösung aus einer Hand und nur einem Ansprechpartner für alle Hard- und Softwarefragen.